Saludas! Ja. Motion Sensor, Photo und Thermometer. 140 Thermometer habe ich. Was hast du noch dabei? Buch, UV und... Ach, UV. Ganz gut, wenn du eine Kamera hättest. Ne, die Kamera kann man auch immer aus der Nahrung mitnehmen. Genau, warte mal. Dann mache ich doch das so. Dann nehme ich auch vorne nochmal die... Okay. Hast du den Schlüssel vergessen? Haha. Hast du den Schlüssel vergessen? Ja, oben schon Türen gehört. Echt? Ich glaube schon, ja. Ich geh beim Ohr, würde ich sagen. Aber ich habe leider diesmal nichts zum Detekten. Warte, ich komm. Das ist natürlich jetzt nicht ganz überlegt von mir. Entschuldigung, noch sind alle hier zu. Okay, hier war ein Step. Ich glaube, der ist hier oben. Nein? Der Besitzer hier seine Auge. Noch nie? Das hatte ich ja doch nie. Wir hatten das eine ganze Folge mal, ey. Es ging halt auf den Sack. Geist, warum machst du das? Wofür ist der Schlüssel, den ich aufgenommen habe? Zeig mir die Keys. Ich habe die Keys nicht. Wie macht man das Auto? Wie macht man das Auto? Vielleicht? Hier vielleicht? Oh no. Ich weiß nicht, wie man das scheiß Auto ausmacht. Ich habe zwar einen Key aufgesammelt. Hast du den Schlüssel? Ich habe noch einen Schlüssel. Ja. Ich weiß nicht, wofür der blaue ist. Dieser Cyanwarben. Ah, hier ist auch die Temperatur niedrig. Ja? Wie viel denn? Ja. Ja. Äh, nein. Oh ja. Geist, schreib in das Buch. Damit rittst du alle deine Rechte auf mich ab. Wie krieg ich... Ich weiß auch nicht, wie man den ausmacht. Wie sieht das Auto aus? Ähm, wo stelle ich denn das hinten? Womit mal. Oh. Oh. Riecht das aus. Das geröpst. Ähm. Macht der bei dir die ganze Zeit... Ah? Ne. Der macht die ganze Zeit... Ah. Ah. Ist so ein scheiß Pirat. Geh mal kurz. So raus. Ah, probier es jetzt mal. Ich habe einen Hausschlüssel. Noch einen? Autoschlüssel meine ich. Ah. Gut gemacht. Hey. Drecks Auto. Geistig, Geist eigentlich. Ähm. Gute Frage. Julia Roberts. Thomas. Thomas, schon wieder. Wie viel Thomas? Wie viel Thomas hier? Thomas Harris. To everyone. To everyone. Das heißt, könnte jeder sein. Bis auf ein Shade vielleicht. Foto hatten wir. Foto Motion Sensor. Motion Sensor. Motion. Poetry in Motion. Oh, Thomas. Thomas, sprich mit mir. Thomas, sprich mit mir. Thomas, sprich mit mir. Thomas, wie geht es dir? Thomas, sag etwas. Thomas, sage etwas. Was ist denn schon angemacht hier? Ja, kann man rassern. Schau mal nach, ne? Ja, Thomas. Thomas, schreib etwas in das Buch. Thomas. Ich hab ja nur vor, Leute. Hier ist man. Ich hab das Licht mal ausgemacht. Thomas. Was war das? Hast du gemerkt, dass ich das war? Ja, klar. Licht ist wieder an. Jetzt. Keine Ghost Orbs, wobei ich weiß nicht, ob die Kamera eine gute Position hat. Die sieht jetzt nicht so geil platziert aus. Plazenta. Oh, ich stöße mal um. Ach, warte. Siehst du eigentlich was, wenn ich filme? Ja, ich seh's. Was? Ich glaub das ist ein guter Winkel. Ja, Ghost Orb. Gut gemacht. Ghost Orb. Es könnte wieder jeder sein. Ja, Ghost Orb auf jeden Fall. Das ist definitiv. Fingerprint. Du bist nehmen. . Das ist neig. Ich bin garne. Ich bin hier. Ich bin ganz gut. Ich bin garan. Thomas schreibt in das Buch Das passiert einfach gar nichts Also ich hab hier mal Den hier soll Den hier Oh Praktisch Ich seh's gar nicht Nee, jetzt Fingerpunch, hier an der Tür Schau mal, mach mal mal das Licht an Und schon Seh mal ein Fingerpunch, siehst du mal Okay Thomas, schreib in das Buch Nee, der hat eine Tür aufgemacht Der Wichser Thomas Buch Thomas, Buch Thomas, sag, sprich Thomas, sprich Thomas, los, sag was Thomas, sei brav, Thomas Oh Okay, warte mal, ich hör dich ja so Es kann nur ein Poltergeist sein Wir haben jetzt schon mal raus Ghostop und Fingerprints ist schon mal safe ein Poltergeist Haben wir eigentlich wieder alles Es wird, glaube ich, noch ein Objective, ein Foto von dem Ja Auf geht's, schau mal nach Schau mal nach Ja, irgendwie kommt der bald nicht aus, ne Ja, tatsächlich Du hast Herzschlagen bei mir Ich hab einen Herzschlag? Ja, ich hab Immer mal wieder deinen Herzschlag Okay Loll Oh, da ist der Poltergeist Ah Okay, Soundboard Keck Keine Kürbismensch Irgendwann EA Sports EA Sports Scheiße Das hat nochmal hier Das kannst du bei neuen, neuen Leuten immer gehen Zeig dich Show Show me your face Oh Piss dich Piss dich Piss dich Piss dich Mami 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 Ich hab's doch geforst Alter Scheiße, hat glaube ich locker 200 Dollar verloren Ich bin lange entkommen, muss ich sagen Ich bin nochmal weg, nur Tschüss Viel Glück Ich hol dir an so'n klempende Delta Ich hab dich mal einfach durchs ganze Haus gerannt Was ist denn dat für'n Cash, Alter 5, 5, 5, 5 Und 103 Insurients Alter, okay Da hab ich jetzt alles nachkaufen Ah, nice Zwei Fotocameras Zwei Leiter War doch äußerst durchschnittlich Was? War doch äußerst durchschnittlich Ich hab's aber auch geforst Ey, ich bin einmal um die Couch rumgerannt Und hab mich einmal ein bisschen in die Küche hinter Ich hab einfach nur Geschri Ich hab nur geschrien Und Foto Und Schrei Und Foto Ich kauf mal ein Tripod, wa? Ich hab mich noch nicht mehr gesehen Ich hab nur gesehen Er war einfach so ne schwarze Silhouette Ich hab gesehen, wie das Licht flackert Und die Tür lang so zugeht Und ich dachte mir so Ach nee, ich stehe in die Tür, aber ich gehe jetzt raus Fuck it Ich wollte auch grad rauskommen Ich dachte mir Versteck mich im Wohnzimmer Der findet mich doch nicht Nur der kam straight auf mich Alter Da dachte sich Ja, den snack ich mir jetzt Ich weiß, wo der sitzt Ja, der war sehr süß Aber hättest du wahrscheinlich nichts gesagt Wär er vielleicht sogar nach oben gelaufen Bei mir so nämlich Nee, ich hab erst was gesagt Als er dann ins Wohnzimmer reinkam Echt? Hab ich dann gefangen zu schreien In dem Moment Habe ich nichts gesagt Das war Naja Das war ne kurze, spannende Folge Fast bevor Ja Ich hab viel Spaß Bis zum nächsten Mal Hauen sie rein Tschüss Adios